Ein Heiltrank und ein tödlicher Gürtel. Ach komm, alles nehmen. Tödliche Gürtel ist doch schön. Kannst du direkt mal anziehen. Das soll definitiv sein. Bam, bam, bam! Und halt so. Oh, da sind jetzt aber ein paar mehr. Alli, hopp! Das läuft ja eigentlich ganz gut hier. Oha, was haben wir denn da? Äh, was? Religionsfertigkeit oder Paket notwendig? Na, dann halt nicht. Ein Mage! Du Schweine-Krüppel! Geh sterben! Oder geh einfach kaputt! Oder sterb einfach! Ne, du nicht! Nochmal einen kleinen Halt dran mitnehmen. Okay, so, was ist jetzt mit dir? Hm, Diebstahl der Krone, achso! So, was hat die Nesha, die Nesha, die Nesha haben sich während der, äh, Valindras, äh, während sich, ne, haben sich während Valindras Angriff genau auf die Stadt in den Gefölben eingeschlichen und sind hier, um die Krone von Neverwinter zu stehlen. Und dann, sie hatten ihr Ziel, sie hatten ihr Ziel fast erreicht, aber dann haben sie, die, was? Läh? Läh, aber dann haben sie die, äh, Töten im, die Töten im unteren Gewölbe erzürnt. Moment. Sie hatten ihr Ziel fast erreicht, aber dann haben sie die, ach, die Toten. Oh Gott. Ja, ist viel Zeit, dass ich ins Bett komme, ist kurz vor zwölf. Äh, haben sich die Toten im unteren, pssch, Wächter, haben die Toten im unteren Gewölbe erzürnt. Sie bekämpfen sich da unten gegenseitig. Ja, geil, da mach ich doch mit. Ich habe sie hinter den, äh, geheimen Eingang zum unteren Gewölbe eingeschlossen. Es gibt dort einen, was, geheimen Schalter im Buchregal hinten an der Wand, halt die, halt die Nescher auf, bevor sie eine Krone kriegen. Ja, ja, geil, dann mach ich das doch einfach mal hier. Aber erstmal nehme ich das mit, egal was es ist. Neue Geschichte gehört. Cool. Geschichten hören ist immer schön, was haben wir hier? Arkane, Fertigkeit oder Paket notwendig? Och, leck mich doch! Ich hätte doch vorher wirklich noch Handwerkskunst irgendwie was lernen sollen. Das wäre wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut gewesen. Hier haben wir sonst nichts. Hier können wir... Tor. Ist nicht geöffnet, gut, also muss ich dann hier. Cool, gibt's sogar Nebenanimation. Was ne Sauerei. Der hat seinen Arm verloren. Ich mach euch alle kaputt. Lass mich nicht verliegt. Aber es ist übrig, wir wollen gerade alle schieben. Neue euch alle auseinander. Was war's schon? Psst, oh du Pflege. Das ist mein ich auch noch platt. Was haben wir hier oben? Ah ja, ich könnte mich hier noch einmal heilen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So für zwischendurch einmal so kurz ins Feuer stellen. Einmal die Füßchen wieder anwärmen. So wie es sein muss. Und jetzt geht's weiter. 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 Was haben wir hier? Interaktion. Ja, Wollreste. Geil. Alles nehmen will ich haben. Ich hab zwar noch keinen Plan, was ich damit machen kann. Wahrscheinlich im Moment noch gar nichts. Wird man wohl wahrscheinlich für Stoffi-Fertigkeiten brauchen. Ja, Zombies sind mir eh viel lieber. Mit denen kann ich mich viel besser verständigen, als mit den komischen anderen Kerlen hier. Ich kenn mich ja schon von früher. Du hast da was verloren, so ein Schwert. Wieso hat er den Dolch im Kampf verloren? Muss ich das verstehen? Und warum zum Henker ist der... Warum kann ich den nicht benutzen? Achso. Gut, ja. Oh, jetzt hier auch. Wir haben auch schon ein bisschen mehr, Oskar. Oh, da ist sogar noch einer. Schön. Jetzt wird langsam so ein bisschen anspruchsvoller. Finde ich ja toll. Was ist hiermit? Ach ja, ich hab keine Arkanen gedöhntes Ding ins Kirchenblas. Scheißen Dreck. Na, na, na. Was ist mit dir? Brauch ich für dich auch irgendwas Arkanes oder irgendwas anderes? Ja, Gewölbefertigkeiten brauch ich hier. Ach, Korben, leck mich doch an die Füße. Ich hätte wirklich vorher großartig in der Stadt sein sollen und da nochmal gucken. Das wäre echt gar nicht mal so unübel gewesen. Was haben wir jetzt hier? Weg mit euch! Bums! 50 Zombies getötet. Feine Geschichte. Und damit werde ich jetzt auch bestimmt nicht aufhören. Nice! Das macht das Spaß hier. Wo ist denn mehr? Moment! dann halt so einmal einen Haltrand kurz nehmen 1000 Leben bringt der also entweder habe ich verdammt wenig Leben oder die Haltränke sind so ein bisschen überpowert was ist das? ah ja, Religionsfertigkeit brauche ich hier och man ey was will ich mit Religionsfertigkeit? hätte ich doch hier ein Glaubensding ins Kirchen nehmen sollen wäre vielleicht besser gewesen hier und so dauert eine Untote und den ganzen Schein schön so, ein Rundraum, ein Gekaputt Mann teilweise halten ja schon einiges aus tragbarer Altar ein Instant Altar zu mitnehmen und auspacken sollte jeder zu Hause haben so ein kleiner Schrein zum Mitnehmen Eisenerz und ja, alles nehmen komm, alles einpacken ja, so ein kleiner so ein kleiner Schrein zum Mitnehmen ist schon geil einmal zum Anschreien für den Chef oder keine Ahnung für die Freundin oder für den Freund von mir aus auch einmal den einfach mal kräftig anschreien so ein Schrein zum Mitnehmen ist immer toll sollte jeder haben ich nehme mir auch jeden Tag auf für die Arbeit nehme ich mir jeden Tag vor einmal mal so ein Schrein mitzunehmen aber irgendwie vergesse ich den auch immer wieder zu Hause dann hat sie es halt nicht so dermaßen nee, es hat sich halt dann ausgeschrieben naja so aber von hinten was war das denn jetzt? ich bin nicht jetzt gerade eben die Treppe runter gefallen oder hat mich irgendwie die Treppe runter geschubst? toll und hier haben wir jetzt ein Feuerchen oder was? ach, leck mich doch hätte ich meinen Heiltrang ja gar nicht trinken müssen höchst du hin? so, so auch tot welches Level bin ich noch? ich bin noch vier ey, Mann ich will Level sechs werden kann ich den schönen Deutsch nämlich benutzen den ich gerade eben gefunden habe was haben wir hier? eine Movie Sequenz oh no schnell die Krone der Wächter wacht auf er wird hier reinkommen ich bin schon da der Wächter ist auch schon da Guardian Option 9 Ä Munter Huse frakt bis du ihn? denn Leute müssen ausgehen Au! das hat weh Au! Du pisser daneben Aber weg hier. Zack. Okay. Und. Finished. Ihr seid zu spät. Die Krone gehört den Nashorn. Und sind die? Rückstand? Mitnehmen. Geld? Hm. Sieht ziemlich tot hier alles aus. Oh, Moment. Da ist eine Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Mistkiste würde ich haben. Einpacken. Was haben wir da? Einfacher Pelz. Kupfer. Amulett der Erholung. Ruhig sein. Ausrüsten. Was ist das hier? So, das ist Bauerngewand. Ah, hier komm, ausrüsten. So. Dann nimmst du wenigstens keinen Platz im Inventar weg. Viel wichtiger im Moment erstmal. So, auf der anderen Seite, da haben wir nichts. Wäre auch zu schön gewesen. Wenn wir da jetzt noch irgendwas hätten, ja gut, dann kann man da oben noch gucken. Dann können wir zurückgehen und dann leider beichten, dass wir die Krone leider doch nicht gekriegt haben. Tja, Tatort untersuchen. Das heißt, jetzt klauen wir einfach mal nochmal den Rest hier. Die Krone ist hier schon weg. Klauen wir einfach noch was. Was haben wir denn hier? Ein Gürtel haben wir hier. Komm, hier kann ich das Ding nicht drehen und sowas. Ein Arsfressergürtel. Ja, komm. Ziel erfüllt. Belohnung empfangen abgeschlossen. Die haben wir uns einfach selber mitgenommen. Die lag neben der Krone. Und falls sie sagen, wir haben es geklaut. Sagen wir einfach, nee. Das waren wir nicht. Das waren nämlich die anderen Leute, die vor uns da waren. Die haben nicht nur die Krone, sondern auch diesen scheiß Gürtel mitgenommen. Wir konnten ganz genau sehen, wie er aussieht. Bei den haben wir uns dann nämlich selber nochmal gekauft. Deswegen sieht der Gürtel, den wir jetzt anhaben, genauso aus wie der, der geklaut wurde. Ja. Macht doch Sinn. Wird einem doch jeder abkaufen, oder nicht? Ganz bestimmt. Protektors-Enclava, da sind wir also wieder zurück. Und ich würde sagen... Vertreter der Handel, Händler, Händlergilde wahrscheinlich. Nur sollte es wahrscheinlich heißen. Ja. Damit ist die Quest erledigt. Und, äh... Mann, die sollten hier echt mal kräftig durchlüften. Entweder haben die einen gewaltigen Pollenflug hier in der Bude drinne. Weil schneiden wird es wahrscheinlich nicht. Oder die haben hier ganz gewaltig viel Staub in der Luft. Das ist doch widerlich. Das muss auch Lunge gehen. Tja. Was haben wir da? Feldwebel Nox. Ich glaub, da sollten wir jetzt auch nochmal hin. Genau. Zu Feldwebel Nox. Da müssen wir jetzt nämlich zurück. Würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Und holen uns dann vielleicht noch eine Quest ab. Oder irgendwas anderes. Vielleicht auch ein Tritt in den Hintern. Auf jeden Fall ist die Krone weg. Wir haben sie nicht.